Willkommen bei Expertenberaten. Heute wollen wir uns ein Hula-Hoop-Reifen angucken, etwa gegen Hula-Hoop-Star von der Firma Sportastisch. So kam er an, da drohen wir noch ein brauner Umkarton, der neutral war und nichts weiter über das Produkt im Inneren beraten hat. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber bei Hula-Hoop kommen wir in die Kindheitserinnerung hoch. Aber nichts sollte sein. So sieht es von Ihnen aus. Und zwar ist es ein Hula-Hoop-Reifen, den man selber zusammen decken muss. Das sind die einzelnen Lieder. Und hier haben wir noch eine Garantiekarte. Hier steht, dass man die Garantie auf drei Jahre verlängern kann, wenn man sich innerhalb der ersten drei Wochen nach dem Kauf bei Sportastisch registriert. Und das macht man unter Garantie.sportastisch.com. Auf der anderen Seite haben wir noch einen Hinweis, dass sie nun stolzer Besitzer eines Hula-Hoop-Reifers sind. Mehr steht eigentlich nicht. Der Hula-Star besteht aus einem Schaum-Gummi-Überzug. Im Inneren haben wir Hartplastik. Und jetzt selber mal nachsehen, ob man das jetzt irgendwie, ja, farblich muss man das wohl abwechselnd stecken. Ja, und man soll das Training 15 bis 20 Minuten täglich machen, damit man auch einen Abnehmeffekt hat. Sie sehen, die Glieder sind nicht gerade. Also man hat hier praktisch etwas größere Nocken oder Ausdruckton. Die sollen die Bauchonskulatur anregen und somit zur Fettverbrennung beitragen. Ja, die Glieder werden jetzt abwechselnd farblich ineinander gesteckt. Das probieren wir euch mal aus. Okay, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig gemacht habe. Hier ist das Loch und hier haben wir die Loopsie. So ganz einfach ist es nicht. Ha, haben Sie es gehört? Eingerastet. Das Schöne ist, wenn man ihn einmal zusammengesteckt hat, muss man ihn ja nicht wieder auseinandernehmen. Kann man natürlich, wenn man keinen Platz hat. Das ist die platzsparendste Alternative. Hier ist auch eine kleine Hilfe, wo das Loch sich befindet. Also hier haben wir den Schalter und hier ist das Loch. Passt. Ein bisschen wieder schwänzt sich der Gute. Der Hersteller, das sieht, schlägt da wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammen. Und hier haben wir so ein kleines bisschen Klebe, die dann noch. Das kann man aber mit dem Finger abraten. Ansonsten macht es ein letztes Stück viel einen Eindruck. Und da lasst. Und da lasst. So sieht er aus. So, jetzt messen wir einmal den Durchmesser. Sehr legbar. 90 cm. Im nächsten Video zeigen wir Ihnen, wie der Ruder-Rufreifen in Action funktioniert. Bis zum nächsten Mal bei Experten beraten.